ok und hier sieht er doch niemand der boden ist schwarz schwarz ist bina bina ist die sphäre von saturn saturn ist hier unten auf dem t-shirt dieses typen hier finden wir die 15 schau dir noch mal dieses video an moment okay das ist diese ultraviolet das war ihr kunstwerk es geht hier um den hintergrund also hier steht 911 das nächste was wir sehen ist das x das x ist saturn und im hintergrund wir sehen die farbe jetzt in meinten alle weiß ich möchte über die ziel zu in der karte ab morgen der roi den karl ja es ist rot und blau vereint alle vorstellt hier ist das quadrat im hintergrund und wir lesen darin an der jahre bei hau die kassi von vier anzulegen zu viel war zu geben 15 ein der seite vor Ort die gleiche geschichte Dann haben wir hier weiter die Spiegelung. Die Spiegelung im Boden. Du weißt, Bina spiegelt sich in Malkuth. Das wird hier dargestellt. Und hier hinten ist das Quadrat. Und hier der Zaun repräsentiert den Abyss. Du siehst hier links eine Säule. Das ist Boaz. Das ist sein Kamerade hier. Okay, alles klar. Wie HP Baxter. Im Pocket Soul. Übrigens Pocket Soul. Ja, ich muss dir ohnehin noch eine Menge Dinge zeigen. Aber ich mache das in einem anderen Video. constantly ver introductory. Laske ist ja richtig. Deswegen. Vielen Dank.